Was wäre unser Bayern ohne seine Berge? Was wären wir Bayern ohne unsere Tracht? Was wären unsere Städte ohne ihre typischen Häuser? Und was wären unsere Häuser ohne Dach? Wir sind die Zimmerer in Bayern. Wir machen täglich viele Höhenmeter, ohne einen Berg zu besteigen. Wir bauen nach modernsten Standards und setzen auf althergebrachte Tradition. Wir geben Menschen ein Dach über dem Kopf und räumen ihren Charakter. Täglich geben wir alles, damit unser Bayern noch schöner wird. Denn wir machen Handwerk von heute für das Bayern von morgen. Wenn du auch ein Zimmerer bist und jetzt denkst, es gibt nichts Schöneres, als ein Zimmerer in Bayern zu sein, dann hast du recht. Und das Beste ist, wir suchen genau so jemanden wie dich. Also, auf was wartest du noch? Auf geht's, packen wir's! Und das Beste ist, was Теперь haben wir die Tatooine. Was wäre nur ein